Alex! Achso! Weil es stimmt, dass man das auszuhören soll. Das ist der Titel. Aber warum machen diese Künstler das? Es tut irgendwas aus. Aber was? Warum sagen die Leute nicht einfach, was sie sagen wollen und verstecken es in einem Bild? Weil sie es nicht anders ausprobieren können. Ja, die sind wie du. Die kennen dich über Worte, um den ganzen Satz zu formulieren. Alles Wache ist ein Farbe und Kleber. Überleg dir, was du zu sagen hast. Wer denn überhaupt was zu sagen hat? Wo ist denn das so? Ist das so? Merkst du durch die Garten, wer eine Notizen ist? Ich möchte ein wunderbares Referat hören. Ich habe auch gesagt, Kunstgeschichte noch einmal zu spielen. Ich hab auch mal überlegt, Kunstgeschichte zu spielen. Ich habe Kunstgeschichte studiert. р Und ich dann versuche das nicht zu einem kleinen Terms machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017